Wollt ihr mal das Gefühl genießen, auf ein prall gefülltes Konto zu schauen? Wollt ihr euch mal gut fühlen, weil ihr es geschafft habt, ein neues dickes Polster anzulegen? Dann schaut euch dieses Video an. Ich bringe euch dahin. Egal, ob ihr jetzt gar nichts spart oder ob ihr das Gefühl habt, dass das mit dem Sparen bei euch nicht optimal läuft. Ich habe ein paar einfache Tipps für euch, wie ihr effektiv sparen könnt. Ich bin Saidi von Finanztip und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Dieses Video ist der zweite Teil unserer Serie Alles fit mit eurem Geld. Im ersten Teil haben wir euch gezeigt, wie ihr euch optimal aufstellt, was Konten, Kreditkarte und Altersvorsorge angeht. Heute kümmern wir uns darum, dass ordentlich was auf euren Konten landet und auch, wie ihr einen guten Überblick über eure Ausgaben gewinnt und dabei Sparpotenziale erkennt. Wir machen das ganz praktisch. Eine einfache Anleitung zum effektiven Sparen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das mit dem Sparen bei euch nicht so optimal läuft oder dass ihr gar nichts wegspart, dann lautet die wichtigste Regel sofort anfangen. Und deshalb macht das, was ich euch gleich erkläre, am besten direkt im Anschluss an das Video. Oder meinetwegen drückt ihr auf Pause und geht online und macht die Sachen. Dauert zehn Minuten und kostet gar nichts. Und dann kommt ihr wieder und schaut euch meine restliche Erklärung an, nämlich dazu, wie ihr einen Überblick über eure Ausgaben gewinnt und dabei Sparpotenziale entdeckt. So, los geht's. Zwei entscheidende Schritte. Schritt Nummer eins. Habt ihr schon ein Tagesgeldkonto? Wenn nein, dann geht mal in unseren Ratgeber zu Tagesgeldkonten, hier rechts oben. Sucht euch eins aus. Welches ist nicht so wichtig. Die Zinsen unterscheiden sich jetzt nicht dramatisch. Denn ein Tagesgeldkonto als Sparkonto braucht ihr auf alle Fälle. Wo wollt ihr denn sonst hinsparen? Auf los. Tagesgeld aufmachen. So, Tagesgeldkonto habt ihr. Dann Schritt Nummer zwei. Ihr geht in euer Online-Banking, das von eurem Girokonto, und macht einen Dauerauftrag. Und zwar auf euer Tagesgeldkonto. Der sollte am besten dann abgehen, wenn ihr Geld auf euer Girokonto bekommt. Also zum Beispiel nach eurem Gehaltseingang oder BAföG oder was ihr auch sonst immer bekommt. Im Zweifelsfall am Monatsanfang. Und wie viel? Wie hoch soll der Dauerauftrag sein? Naja, mindestens 50 Euro. Besser 100. Oder vielleicht sogar 200. Einfach das, was ihr denkt, dass ihr schafft. Nicht lang nachdenken, aus dem Bauch entscheiden. Bloß nicht lang grübeln, wie viele Ausgaben habe ich jetzt? Hauptsache anfangen. Und keine Panik dabei. Ihr könnt das Geld ja jederzeit vom Tagesgeldkonto wieder zurückholen, wenn ihr es braucht. Denn die Grundregel ist eben, einfach mal anfangen und aus dem Bauch heraus entscheiden. Also los geht's. Ins Onlinebanking gehen und Dauerauftrag einrichten. Jetzt auf Pause drücken und dann kommt ihr wieder. Und? Dauerauftrag eingerichtet? Super, gut gemacht. Damit habt ihr schon den ersten und entscheidenden Schritt getan zum effektiven Sparen, zum Vermögensaufbau und damit zu mehr finanzieller Freiheit. Fühlt sich vielleicht gut an, oder? Jetzt erkläre ich euch, was das soll. Das größte Problem beim Sparen, wie schon erwähnt, ist das schöne Fremdwort Prokrastination. Besser bekannt als Aufschieberitis. Ja, ich muss erst mal überlegen, wie hoch sind eigentlich meine Ausgaben und wie viel kann ich dann wegsparen? Oder, ah, da kommt ja eine große Ausgabe auf mich zu, danach fange ich mit dem Sparen an. Oder, ah ja, ich habe so viele Verträge, die muss ich erst mal optimieren. Leute, vergesst es. Das funktioniert alles als super Selbstausreden im Alltag. Alles Gründe, warum man erst später und immer noch später mit dem Sparen anfängt. Jetzt habt ihr schon den entscheidenden Schritt getan. Einfach mal anfangen. Ihr könnt das Geld ja wieder zurückholen. Und wahrscheinlich sind es auch diese Selbstausreden, diese kleinen Stimmen in einem Kopf, die dazu geführt haben, dass ihr überhaupt dieses Video hier anschaut, weil das mit dem Sparen bisher eben nicht optimal lief, weil ihr noch keinen Dauerauftrag habt. Aber jetzt habt ihr einen. Und das ist der entscheidende Schritt, dass ihr eure Ausgaben senken sollt und dass ihr eure Verträge optimiert. Das ist schon richtig. Das schauen wir uns nachher auch noch genauer an. Aber um erst mal mit dem Sparen anzufangen, braucht ihr das nicht. Denn das Sparen per Dauerauftrag hat vor allen Dingen Sinn, dass ihr euch quasi selbst erzieht, selbst Coaching. Denn mit dem Geld ist es so, wie es mit unseren Freunden nicht sein sollte. Aus den Augen, aus dem Sinn. Allein, dass das Geld von eurem Giro runter ist, aufs Tagesgeldkonto baut so eine Hemmschwelle ein. Ihr müsst aktiv werden, um euch das Geld wieder zurückzuholen. Und das führt dazu, dass ihr es wahrscheinlich nicht so leicht ausgeben werdet. Es sammelt sich dann auf dem Tagesgeld was an. Aber auf dem Girokonto wäre es wahrscheinlich einfach weg. Ich habe eine Prophezeiung. Wahrscheinlich wird es so sein, dass sich das Geld wirklich auf dem Tagesgeld ansammelt und dass er es nicht ausgibt. Das ist eben so ein psychologischer Effekt. Ich muss da an eine Bekannte denken. Der habe ich mal geholfen, ein Tagesgeld samt Dauerauftrag einzurichten. Und so zwei, drei Jahre später habe ich die wieder getroffen und da hat sie sich bei mir bedankt. Mensch Saidi, ohne dich hätte ich dieses Geld jetzt nicht diese paar tausend Euro auf dem Tagesgeldkonto. Weil auf dem Girokonto, wenn die da geblieben wären, hätte ich sie schlichtweg einfach ausgegeben. Jetzt, wo euer Dauerauftrag läuft, da werdet ihr manchmal auf euer Tagesgeld schauen und lächeln. Weil das fühlt sich einfach gut an, erfolgreich zu sein beim Sparen und ein Polster hinten zu haben. Wenn man flüssig ist, dann ist es ein Wert an sich, das bestimmt ein Stück weit das Lebensgefühl. Das beruhigt und ist ein Hauch von Freiheit. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, ja, aber Geld macht doch nicht glücklich. Da sage ich, Geld allein macht nicht glücklich. Aber keines zu haben, das macht auch nicht glücklich. Habt ihr bisher vielleicht ab und zu beim Essen gehen oder beim Shoppen das Gefühl gehabt, so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich müsste ja eigentlich was zurücklegen. Da seht ihr den Wert dieses Dauerauftrags. Der entlastet euch nämlich. Der schafft euch dieses schlechte Gewissen weg. Weil das Sparen ist ja dann automatisch erledigt. Das entlastet ungemein. Ihr könnt dann ein Stück weit mit Freude Geld ausgeben. Thema wieder besseres Lebensgefühl. Vorhin habe ich euch ja gesagt, dass ihr den Betrag für den Dauerauftrag einfach mal spontan bestimmen sollt. Und auch da behaupte ich, viele von euch werden aus dem Bauch heraus schon eine ganz richtige Entscheidung da getroffen haben. Der Betrag wird wahrscheinlich irgendwie ganz okay sein. Im zweiten Teil des Videos geht es jetzt aber schon darum, diesen Betrag richtig einzustellen. Den schrittweise zu optimieren. Also wieder zwei Schritte. Einfach mal anfangen. Dauerauftrag einrichten. Habt ihr schon gemacht. Und jetzt Ausgaben optimieren und damit den Dauerauftrag sukzessive optimieren. Übrigens, wenn ihr an das Geld auf dem Tagesgeldkonto ab und zu mal hin müsst, zum Beispiel weil ihr hohe einmalige Ausgaben habt, dann ist das natürlich okay. Es sollte halt nicht zu oft vorkommen. Auf dem Tagesgeld sollten sich mindestens drei Netto-Monatsgehälte ansammeln. Oder mindestens 3.000 Euro. Das ist sozusagen quasi die Untergrenze für das Tagesgeldkonto. Wenn ihr da drunter fallt, dann solltet ihr schauen, dass ihr das wieder auffüllt auf diese Grenze. Wenn ihr aber merkt, ihr müsst dauernd an das Tagesgeld hin, dann ist euer Dauerauftrag wahrscheinlich zu hoch. Dann solltet ihr den wenigstens zeitweise absenken. Psychologisch gesehen werden aber viele von euch den Dauerauftrag relativ niedrig ansetzen. Warum? Weil ihr das Gefühl haben wollt, dass ihr noch genug auf dem Girokonto lasst. Und jetzt geht es schon darum, dass ihr diesen Dauerauftrag, den Betrag dafür sukzessive optimiert, dass ihr also den richtig einstellt. Und dafür braucht ihr einen Überblick über eure Ausgaben. Und da kommt das böse Wort. Haushaltsbuch. Ich weiß, ich weiß. Haushaltsbuch, das klingt erstmal nach Oma und ist total unsexy. Aber wenn ihr es ernst meint, mit dem Sparen und mit der Re-Orga eures Geldes, dann kommt ihr um ein Haushaltsbuch nicht wirklich drum herum. Denn einen Überblick über eure Ausgaben braucht ihr auf alle Fälle. Ich habe aber einen Tipp für euch, wie das ganz einfach geht. Denn es gibt mindestens drei Möglichkeiten, wie ihr ein Haushaltsbuch machen könnt. Die ersten beiden sind klassisch. Entweder mit einem Stift in ein Notizbuch oder in ein Excel. Beim Excel gibt es übrigens technische Möglichkeiten, wie ihr eure Kontoauszüge da importieren könnt. Aber der Charme von diesen beiden Möglichkeiten, also Papier und Stift und Excel, ist es, dass ihr eure Ausgaben manuell aufschreiben müsst und dabei sie euch bewusst macht und einen Überblick gewinnt. Man glaubt nämlich gar nicht, was auf dem eigenen Giro so alles los ist. Mir persönlich ist das viel zu mühsam, das alles aufzuschreiben oder in ein Excel einzutragen. Vielleicht würde ich das schaffen, das einmal am Anfang zu machen. Aber das dann regelmäßig nachzuhalten, zum Beispiel einmal im Monat, das schaffe ich nicht. Und ich behaupte mal, viele von euch auch nicht. Ich habe mir mein Haushaltsbuch digital von meiner Bank erstellen lassen, im Online-Banking. Das bieten fast alle großen Banken an. Sparkassen, die Volksbanken, die Deutschbank und die Commerzbank zum Beispiel. Ich finde das echt klasse. Das zieht sich aus eurem Geokonto die Ausgaben und kategorisiert die automatisch ein. Also nach Miete, Strom, Lebensmittel, Freizeitausgaben. Und das Beste dabei, es wird eben laufend fortgeführt. Man ist immer auf dem aktuellen Stand. Kann nachschauen zum Beispiel, was man im letzten Monat ausgegeben hat und vor allem wofür. Natürlich muss man da immer wieder drüber schauen, kontrollieren und einiges manuell zuordnen. Zum Beispiel, wenn ihr per PayPal bezahlt, dann wird das Programm wahrscheinlich eher nicht erkennen, wofür diese Ausgabe war. Dann muss man da manuell sagen, ob das jetzt zum Beispiel Hotel war oder Kleidung. Aber viel besser, als das alles selbst aufzuschreiben. Ein Problem mit dem digitalen Haushaltsbuch ist alles, was ihr bar bezahlt. An der Stelle mal ein Wort zum Thema bar bezahlen. Ein Tipp, den ihr wahrscheinlich öfter hören werdet, ist, möglichst viel bar zu bezahlen. Weil ihr dann merkt, wie das Geld aus eurer Geldbörse rausgeht und das dann eben händisch aufzuschreiben. Da ist die Hemmschwelle besser und die Kontrolle besser darüber. Sprich, das alte Motto, bloß kein Plastikgeld. Das Problem an dem Tipp mit dem bar bezahlen ist, in der modernen Welt ist das praktisch nicht durchführbar. Das würde ja praktisch bedeuten, dass ihr nichts mehr online bestellt. Ihr könnt nicht das meiste bar bezahlen. Deswegen ist mein Tipp radikal anders. Möglichst wenig bar bezahlen. Denn dann kann euer digitaler Helfer im Online-Banking eure Ausgaben möglichst gut zuordnen und registrieren, wofür ihr das Geld ausgebt. Und in Zeiten, wo ich an der Supermarktkasse kontaktlos bezahlen kann, ist das eigentlich auch kein Problem mehr. Und die Ausgaben, die ihr in bar haben werdet, und ihr werdet ja noch welche haben, die könnt ihr manuell dann in euer digitales Haushaltsbuch eintragen. Der wichtigste Punkt zum digitalen Haushaltsbuch, ihr müsst euch wirklich damit auseinandersetzen. Ihr müsst euch darauf einlassen und da richtig einsteigen. Guckt euch die Tabellen und die Diagramme, die das Programm bietet, wirklich an und checkt, wofür ihr das Geld ausgibt. Es bringt natürlich nichts, da mal kurz drauf zu schauen, aber keine Konsequenzen draus zu ziehen. Und unterscheidet dabei, das Programm hilft euch dabei, nach regelmäßigen Ausgaben und nach variablen Ausgaben. Checkt bei den regelmäßigen Ausgaben mal auf fast vergessene Abos. Also was da alles so regelmäßig runtergeht. Besonders beliebt dabei, Sachen, die nur alle drei Monate mal abgebucht werden und deshalb fast schon in Vergessenheit geraten sind. Aber fragt euch auch, braucht ihr das wirklich alles? Wie oft habt ihr in letzter Zeit Streamingdienst X oder Musikportal Y wirklich benutzt? Können die nicht eigentlich weg? Oder euer Fitnessstudio? Wird das nicht eigentlich nur noch abgebucht, damit es euer schlechtes Gewissen beruhigt? Wäre es nicht vielleicht viel kostengünstiger, wenn ihr Radfahren geht oder regelmäßig laufen? Bei den variablen Ausgaben, da will ich bloß auf einen Punkt eingehen, den man den Geldratgebern ganz gerne findet. Guckt euch mal genau an, was ihr so an Essen und Lebensmittel und Getränke ausgibt. Insbesondere Essen, das ihr im Restaurant kauft oder am Kiosk unter der Woche. Ihr könnt viel Geld dabei sparen, wenn ihr ab und zu mal selbst kocht und euch das Essen in die Arbeit mitbringt. Und das gleiche gilt für den schnellen Kaffee-to-go. Anstatt den teuer am Kiosk zu kaufen, kocht den euch doch selbst in der Teeküche. Das macht ganz schön viel aus. Und wie viel macht das aus? Sagen wir mal, ihr schafft es, durch Selbstkochen und Kaffee-Selbstkochen 5 Euro am Tag zu sparen. Und zwar an 5 Tagen die Woche. Macht dann 100 Euro im Monat. Wenn ihr jetzt diese 100 Euro in euren ETF-Sparplan steckt, bei langfristig 7% Rendite pro Jahr, dann sind das nach 15 Jahren ca. 30.000 Euro. Und nach 30 Jahren über 110.000 Euro. 110.000 Euro für eure Altersvorsorge. Da lohnt sich schon mal, ab und zu selbst zu kochen. Wenn ihr es dann geschafft habt und euch durch euer digitales Haushaltsbuch gekämpft habt und eure Ausgaben gesenkt habt, dann tut euch selbst den Gefallen und erhöht euren Dauerauftrag, damit die Ersparnis auch wirklich in eurem Vermögen landet. Ihr werdet euch wieder gut dabei fühlen. Ihr werdet stolz sein, dass ihr es wirklich geschafft habt, das wegzusparen, was ihr mühsam aus euren Ausgaben rausgeschält habt. Denn wieder der Punkt. Wenn ihr es auf dem Girokonto lasst, dann ist es wieder einfach weg. Es gibt natürlich eine ganze Menge regelmäßiger Ausgaben, die ihr nicht einfach weglassen könnt. Strom zum Beispiel, Handyvertrag, Versicherungen und so weiter. Im dritten Teil unserer Serie gehen wir diese Dinge mal durch. Und da zeige ich euch, wo da die Sparpotenziale sind. Denn anstatt das Geld einem teuren Anbieter in den Rachen zu schieben, könnt ihr zu einem günstigen Anbieter in vielen Fällen wechseln und die Ersparnis in euren Vermögensaufbau schieben. Fühlt sich dann wieder gut an. Und dabei zeige ich euch auch, wie viel Aufwand so ein Wechsel jeweils bei den einzelnen Sachen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Und schreibt uns unten bei den YouTube Kommentaren, ob unsere Tipps zum effektiven Sparen euch weitergeholfen haben oder nicht. Wir von Finanztip möchten, dass ihr die richtigen Finanzentscheidungen trefft. Dass ihr keine Fehler macht und dadurch eine Menge Geld spart. Wir arbeiten ausschließlich im Interesse der Verbraucher. Und deshalb werden wir euch immer nur die Tipps zum Sparen geben, die wir selbst auch machen. Ich gehe den ganzen Kollegen schon auf den Nerv mit meinem digitalen Haushaltsbuch. Links findet ihr den ersten Teil unserer Serie. Da erzählen wir euch, wie ihr euch optimal aufstellt. Was Konten angeht, Kreditkarte und so weiter. Wie ihr euer Geld optimal organisiert. Mit unserem wöchentlichen Newsletter bekommt ihr nicht nur unser Video der Woche mit, sondern auch weitere Tipps, wie ihr effektiv sparen könnt und eure Ausgaben senken könnt. Deshalb klickt mal links auf das Finanztip-Logo und meldet euch zu unserem Newsletter an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.